Hey, guten Morgen, ich begrüße Dich zu Deinem ruhigen Start in den Tag. Schön, dass Du Dir die Zeit nimmst, Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Geist zu lenken, Dich auf das Positive zu konzentrieren und Du ganz in eine tiefe Entspannung gelangst. Wenn wir täglich anfangen, unseren Geist zu beruhigen, werden wir immer mehr in eine Gelassenheit eintauchen, die uns im Einklang mit uns selbst und unserer Umgebung hilft, im Alltag zufrieden und dankbar zu sein. Somit erfährst Du inneren und äußeren Frieden. Mach's Dir bequem im Sitzen oder im Liegen. Schließ Deine Augen und dann atme ein paar Mal tief ein und wieder aus und konzentriere Dich dabei ganz auf Deinen Atemrhythmus. Nun lass den Atem einfach kommen und gehen, wie er möchte und fühle in Dein Körper, wie Du immer mehr und mehr zur Ruhe kommst. Sämtliche Gedanken und Herausforderungen dürfen einfach in diesem Moment weiterziehen. Lass alle Anforderungen los. Sei dankbar, dass Du Dir die Zeit am Morgen für diese Entspannung nimmst. Du bist es Dir wert. Du bist es Dir wert. Du bist Dir wichtig in diesem Moment. Nimm wahr. Du darfst jetzt genau in diesem Moment Dich dort hinein entspannen. Ein Fach wahrnehmen. Nehmen. Fühlen. 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 Stell Dir nun Deinen persönlichen Wohlfühlort vor. Fühlen. 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 Energien fließen wie die Wellen des Ozeans. Spüre diese Lebendigkeit der Wellen, so fließt auch das Licht in deinem Körper auf und ab, verankere es in deinem Inneren, wärmend, entspannt, dankbar. Die Wärme erfüllt dich mit Frieden und Harmonie. Schenk dir ein Lächeln und spüre die Ruhe von innen nach außen. Wahrnehmen, beobachten, fallen lassen, einfach fühlen. In der Tiefe angekommen, unendliche Weite erkennt sie an, diese Stille. Unendlicher Tiefgang. Die Energien durchströmen jeden Millimeter deines Körpers. Entspannen, loslassen, atmen, einfach sein. Alles darf genauso sein, wie es jetzt ist. Du bist perfekt, so wie du bist. Es ist so einfach von diesem tiefen Frieden aus. Beobachte mit diesem festen und tiefen inneren Wissen, dass alles immer wieder zu seinem Ursprung zurückkehrt. Du bist vitalisiert. Gelassen, gestärkt, gestärkt für deinen Tag. Du kannst deinem Körper und Geist vertrauen. Du bist bereit, deinem Tag mit Ruhe und Gelassenheit zu begegnen und das Beste aus diesem Tag zu machen. Nimm dir nun noch einen Moment Zeit. Fühle noch einmal in deinem Körper hinein. Sei dankbar für all das Gute in deinem Leben und setz dir positive Absichten für den Tag. Lass uns diesen Tag gemeinsam mit Gelassenheit und einem offenen Herzen beginnen. Ich wünsche dir nun einen friedvollen Tag. Genieße ihn. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020